Masurenallee, das heißt Haus des Rundfunks, dies ist das Haus des Rundfunks und daneben, wie gesagt, der ABB. Gegenüber steht sie, die Berliner Messe, dieses wunderschöne Gebäude hier, Messe Berlin und daneben der Funkturm, der momentan eingerüstet ist. So wie ich das hier sehe, der Berliner Funkturm wird renoviert momentan, wie so vieles in Berlin. Hier nochmal das Funkhaus des RBB, ja, der wunderschöne lange Lulatsch, das war mal das Westberliner Wahrzeichen, damals war die Stadt ja geteilt und dann wurde auf vielen Westberliner Postkarten der lange Lulatsch abgesendet. Oh, und gefährlich hier. Ja, der Verkehr hier in Berlin ist relativ gut besucht. Wir sind hier in der Berliner Masurenallee und laufen jetzt auf das Messezentrum, dieses Kongresszentrum, ICC zu. Dort, dies wurde da in den 70er Jahren großartig gebaut, dieses ICC, dieses Raumschiff mitten in Berlin. Ja, wir laufen hier, wie gesagt, noch in der Masurenallee und hier sehen wir Messe Berlin. Dort finden, ja, verschiedene Messen statt. Die bekannteste ist, meine ich, die IGA, diese Fressmesse, wer sie kennt. Und hier, wie gesagt, hier Fahnenständer, hier ist momentan nichts los im Messebereich. Im Hintergrund, wie gesagt, das Raumschiff Enterprise oder wie man es nennt, das Messezentrum ICC steht heute leider auch leer. Ja, eigentlich jammer, schade, das hat Milliarden Euro gekostet, dieses ICC-Messekongresszentrum, neben dem wunderschönen Funkturm, der ein wenig wie der Eiffelturm anmutet. Der wunderschöne Funkturm, in den 30er Jahren wurde der, glaube ich, gebaut. Ja, eines der großen Wahrzeichen hier in Berlin. Ja, wir sind hier nicht weit von Stadtmitte entfernt und laufen, wie gesagt, jetzt von der Masurenallee ins Zentrum, ins Berliner Zentrum, Richtung Zohologischer Garten. Ja, das ist das Innenzentrum. Momentan ist das Wetter hier am Donnerstag in Berlin eher mies. Es zeigt sich nicht unbedingt von der schönsten Seite. Wir haben hier schon viel Regen gehabt heute, momentan zum Glück trocken. Ja, hier sehen wir es, den Funkturm. Und jetzt werden wir gleich auf das ICC zulaufen. Noch einmal die Messe Berlin. Ja, die Stadt ist eigentlich wunderschön hier. Und hier drüben sehen wir das Haus des Rundfunks an der Masurenallee, was übrigens auch dem RBB gehört. Hier laufen zahlreiche Sendungen, auch Abendschau, wie gesagt. Und ja, das ist das Haus des Rundfunks. Ich hoffe, da können wir mal reingehen. So, jetzt werden wir mal eine kurze Pause machen. Und dann senden wir vom ICC. Ja, das ist das Haus des Rundfunks.